Hallo, mein Name ist Daniela Fuchs von LRF, Freiheit für die Stimme. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute an diesem Online-Musik-Festival für Hexen, Weiber, Priesterinnen, Hüterinnen der Erde wild und frei teilnehmen darf. Gemeinsam mit dem Jazz-Saxophonisten Andreas Broga habe ich das Projekt Musik, die aus dem Bauch kommt, ins Leben gerufen. Unsere Klänge und Gesänge entstehen für jedes Konzert neu und sind dafür gedacht, dass du eine Reise in dein Innerstes antreten kannst. Also am besten, du machst es dir gemütlich, schließt die Augen und lässt dich die nächsten 35 Minuten verzauben. Ja, und wenn dir meine Musik gefällt und du schon immer wissen wolltest, wie dein persönlicher Seelenklang klingt oder du noch auf der Suche bist nach einem ganz besonderen Weihnachtsgeschenk für ein besonderes Jahr 2020, dann schau doch auf meine Website unter elav.at und dort kannst du dir deinen persönlichen Seelenklang einfach bestellen. Aber nun, lass dich verzaubern, genieße die Reise. KLEA KLEA ZANG EN MUZIEK 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 Vielen Dank. 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 ... Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020